Ein besonderer Moment ist für mich, wenn ich Personen bei der Transition begleiten darf. Wenn ich also eine Person vor mir habe, wo ich denke, am Anfang, die lese ich wirklich komplett männlich und wo sich das dann zunehmend entwickelt Richtung der eigenen geschlechtlichen Identität und ich sehe, wie diese Person aufblüht, wie diese Person sich entwickelt, nicht nur was das Optische angeht, sondern sich zunehmend etwas zutraut, ihren sozialen Bereich sozusagen erweitert, auch beruflich auslebt, das ist ein besonderer Moment für mich.